Moin moin und da sind wir wieder diesmal in den Blutstromküsten. So hier ist schon ein Beschütz. Das sieht gar nicht nach einem Event aus, aber das Symbol ist da. Alpha Lin Form. Na ja, da kann man drauf fahren. Ihr müsst zurück auf die Straße. Zur Marschwach Freistadt. Den Göttern sei Dank, dass ihr da seid. Ja, das war es aber schon und jetzt ist hier unten rechts genau. Folgen wir ihn auch noch. Kaputtes Event. Okay. Ja. Wenn sie denn also ab auf den... Okay, ja. Zug. Wo ist dein Sascha? Okay. Ja, ich bin schon da. Hm, lecker Thunfisch. Ich gebe zu, Kapten, ein gutes Verschreck fürs Gold. Aber dass sie unser Schiff versenkt hat. Kaum zu glauben, dass ein Mann von so tatlosem Geschmack... ... sich so gut auf Marine-Taktik versteht. Aber so ist es. Hm. Ja. Ha. Ah. So, weiter beschützen. ... ... ... Na, da ist er. Zeit, echten Schaden anzurichten. Versuch sein, der Suche. Ausnahm. Toll. Du kannst treffen. Entschuldigt, Captain. Ich mach jetzt mal Pause. Bier? Damit habt ihr meinen Arm packen. Willenbeladen? Hier ist der Trunk des Öbels. Aber Kempten, das ist Björns Gebräu. Furchtbar lecker. Und der letzte Rest davon. Ach, Humboldt, ich befehle euch, die Brühe hier zu lassen. Nach unserer Rückkehr gibt es nur noch 20 Jahre alten Kognac. Ah, nördlich ist was. Aber ich kann hier nichts aufsammeln. Ach ja. Aber ich konnte jetzt nichts aufsammeln. Aber ich kann hier nichts aufsammeln. Ich bin auf dem Weg. Ich versuche mich zu beeilen. Ja, habe ich. Ja. Hat geklappt. Äh, der, nee, dieser Wegmarke ist ein Event. Ich weiß nicht, was da ist. Ach so, beschützen. Gut. Gut. Das ist eine gute Idee. Gut. Gut. Ja. Gut. Gut. schießt mit ihrem hammer das ist von der animation her ist das bogenschießen mit hammer mache ich auch immer jetzt sieht das bescheuert aus jetzt aber hier oben was angeblich doch rein keine ahnung ja ok ok was haben wir zerstört syphilis generator oder was steht da psyllitium ok ok und 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mal gucken, was denn da ist. Ich mache mal eine Wegmarke hin. Schützen. Ich wollte ihm zeigen, wo es denn reingeht. Wir sind hier drin. Was? Was macht ihr da? Los, hauen wir ab! Oh Gott, dann lauf! Bin schneller als ein Centaur. So, ja, sehr schön. Genau, aber ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao!